Ziele sind wichtig für motivierte Mitarbeiter. Im Dialog formuliert sorgen sie für mehr Selbstverantwortung. Regelmäßiges Feedback und Coaching sind auch in mittelständischen Unternehmen äußerst wichtig, um Transparenz und ein hohes Engagement in der Belegschaft dauerhaft zu fördern. Mit SAP Success Factors Performance & Goals fördern und fordern Sie Ihre Mitarbeiter im Einklang mit ihren strategischen Unternehmenszielen. Ein neues Jahr steht an. Die Zeit, in der Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern Ziele vereinbaren, unterstützt durch ein Zielplanungsformular, das sie durch ihr Vier-Augen-Gespräch führt. Aus einer zentral verwalteten Zielbibliothek kann der Manager ganz einfach Unternehmensziele auswählen. Der Smart Wizard stellt sicher, dass die Ziele spezifisch formuliert, messbar und erreichbar sind. Um auch wirklich unternehmensrelevante Ziele zu stecken, verknüpft der Manager die Mitarbeiterziele mit seinen eigenen und definiert schließlich noch den Zeitrahmen. Weiterbildung ist ein wichtiger Faktor. Deswegen können Ziele ganz einfach mit Bildungsangeboten verknüpft werden. Nach einem absolvierten Kurs wird automatisch die Zielerreichung angepasst. Zum Ende des Meetings nehmen Manager und Mitarbeiter den Zielplan verbindlich an. Der Mitarbeiter dokumentiert in der Folge alle seine Aktivitäten. Die Führungskraft kann diese im Sinne eines Continuous Performance Management jederzeit kommentieren und bewerten, wie sie zur Zielerreichung beitragen. Bei ihren turnusmäßigen Feedback-Gesprächen sehen Mitarbeiter und Führungskraft auf einen Blick, wie beide die Leistungen des Mitarbeiters einschätzen und wo die Eindrücke auseinander gehen. Der Manager kann sich jedes Ziel im Detail anschauen und kommentieren. Dabei helfen ihm ein Legal Scanner, um unsachliche Begriffe und Wendungen zu vermeiden, und ein Schreibassistent, der vorformulierte Textbausteine zu spezifischen Themen anbietet und ihm damit viel Zeit spart. Abschließend wird aus dem Mittelwert aller Ratings ein Gesamtrating berechnet, das vom Manager noch um seine persönliche Bewertung ergänzt werden kann. Ein Freigabe-Workflow stellt sicher, dass der Zielplan alle erforderlichen Schritte durchläuft und am Ende von Führungskraft und Mitarbeiter bestätigt wird. Mit SAP Success Factors Performance & Goals festigen sie eine transparente Zielkommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitern für eine konstant hohe Mitarbeiter-Performance, die sich eng an ihrer Unternehmensstrategie orientiert. Sie bilden damit das Fundament für eine langfristige Personalplanung und bleiben als mittelständisches Unternehmen im Vergleich zu Konzernen als Arbeitgeber attraktiv. Führungskraft und Mitarbeiter 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 Führungskraft und Mitarbeiter